Ich karte nie. Schön, Tabi, schön. Das ist ne Lüge. Ich fühl mich immer so dumm, ich geh an die Kiste und die Sachen raus und die anderen beiden so run, run und wie so. Ich bin gar nicht da, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ich werd mich verlaufen. Hä? Du bist fast da. Musst nur links laufen gleich. Ja, ich muss grad mal Nährstoffe trinken. Warum musst du immer Nährstoffe trinken? Weil ich nicht das gute Essen gegessen hab. Also. Anderes Essen mit Gerzen. Schwanz sieht, er schläft. What, jetzt schon? Oh Gott. Wait, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Also die Tabi hat irgendwie krasse Narkose in seiner Knabe. Henlo. Ähm. Was macht der da? Seinen Hammer chargen? Ne, ich mein, Jörg hat da Bodenmunition reingeschossen. Oh! Wow. Der war schon voll am Auffachen. Ja, das hat auch nicht den vollen Damage gemacht, glaub ich. Ja. Oh, fuck. Nicht so. Ist der gelähmt? Nein. Oh, ich hab keine Flashbomben dabei übrigens. Weißt du? Ich mein, irgendwie klar. Hallo? Ich hier mal mounten? Ich will auf den Schwanz hauen, aber ich komm nicht dran. So. Oh. Ich hab das Gefühl, sobald du ihn am Schwanz haust, dreht er sich um und denkt sich so, what machst du da? Das ist mein, das ist mein Schwänzchen. Autsch. Hallo, kannst du mal bitte nicht abhauen, Nergy Pergy? Oh, hat Wäschi gestellt. Boom. Ich komm nicht dran, er geht immer weg. Schnitt nicht. Ähm, ich seh nix. RTF? Okay. Oh. Danke. Dreh dich doch nicht immer weg, Alter. Oh, er dreht sich immer weg, wenn ich gerade zum Schwanz hinkomme. Ich hasse ihn so sehr, ne? Oh. Schon wieder. Oh Gott, ich seh nichts. Wo bin ich? Will ich jetzt mal mounten, was ist das? Du hast doch vorhin gemounted. Nein. Wer hat denn, hat sich jemand anders schon gemounted? Nee, eigentlich nicht. Ich don't understand this. Alter. Irgendwas hat mich weggehauen. Irgendwas wurde gebrochen aus den Hohen. Als ob mich das wegstößt. Ich hab noch nie auf diesen Angriff ge... Ah, Joshi, mounted. Okay. Mount Steel. Voll ein Hammer, Mount Steel. Lass mich zum Schwanz. Hallo, na? Ich werde gerade getrippt hart. Ja, von mir. Ein Horn ist broken. Oh, ich seh nichts mehr. Das ist schon die ganze Zeit. Ich weiß halt echt nicht, welche von... Oh Gott. Welche von meinen Angriffen trippen. Ist halt ein Problem. Muss ich mal rausfinden irgendwie. Oh shit, das war gar nicht der Dive-Bomb. Lass mich zum Tail. Oh shit, das war gar nicht der Dive-Bomb. Oh shit, das war gar nicht der Dive-Bomb. Oh fuck. Muss wetzen. Oh nein. Natürlich. Oh. Oh scheiße. Scheiße. Ich hab auf den Tail eingeprügelt, wie blöd. Ich hab's versucht. Ich hab zu wenig auf den Tail eingeprügelt, tut mir leid. Oh, den Trippers, ja. Ich brauch Rückenpanzer. Nicht die scheiß Nachwachsplatte. Ich weiß nicht. Ich hab drei Nachwachsplatten bekommen, ey. Warte mal, bleib mal steht. Bleib mal steht. Bleib mal steht. Der trippt. Ah, okay. Wenn ich... Der auch. Alles trippt. Seit wann trippt denn hier alles? Alles trippt. Was für Bullshit. Keine Ahnung, wo ich mich dann hinstellen soll. Mein Schwert trippt nicht, guck mal. Abprall. Abprall. Ich hab auch gehört, wo... Nicht geschärft. Ich hab Schwanz bekommen. Ich hab'n Schwanz in der Bindung. Das macht keinen Unterschied. Ja, weil wir den angekratzt haben. Ich brauch' aber immer noch Rückenpanzer. Ich hab' immer noch nicht genug. Kemu. Kemu. Das ist der Desire-Sensor. Das ist nur den ich brauchst. Das ist wie ich gestern im Stream. Hab' ja auch vier Weibern Edelsteine bekommen. Also, ich hab' auf den Schwanz eingeprühlt. Ich würde aufs Loose schieben. Das Loose... Lack of Cutting Desires nicht genug machen. Ich kann ja nicht. Ich tripp' ja alle. Warum auch immer. Also, mich hast du gerade hardcore getrippt, als ich da mal... Ich stand da so am Schwanz. Hm. 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 Du siehst da, also kann ich nicht. Erstmal zwei Beute-Züge abgeschlossen. Drei Beute-Züge abgeschlossen. Was will ich denn mit Fisch bewonnen? Reißzahnwüffern ist Bullshit. Ich brauch Drachenälteste. Mach doch nochmal Drachenälteste. War gut. Meine Schnurr-Trupp-Safari ist zurück. Die macht doch mal Drachenälteste. Achso, wegen den Beutezügen. Ja, ich hab auch da nur Kram drin, den ich grad nicht machen kann. Schnurr-Tripper-Safari, ja. Mach mir einen Azur-Ratalos. So, was kann ich jetzt bauen? Gucken wir mal. Das Problem ist, wir brauchen ja noch mehr von dem, weil ich will bestimmt auch irgendwann Kram für eine Waffe von denen haben. Schwänze. Hab ich genug, da hab ich genug. Ich hab ja schon wieder einen Schwanz vorhin bekommen. Ich hab bis jetzt, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie ansatzweise einen Schwanz brauchen, hab ich den ja bekommen. I don't need the D. Ich brauch den D. Den Nergy D. Noch zwei Ds brauch ich. Für die Waffe. Du brauch den Nergy D. Und ich weiß nicht, was ich für die letzte Stufe brauch, weil da brauch ich wieder was, was ich noch nicht gesehen hab. Schwupp. Was soll ich herstellen? Was soll ich herstellen? Hm. Die Rathalos-Rüstung natürlich. Äh, Rathalos, ne Gigantus. Ich brauch noch voll viele Rückenpanzer, Mann. Was ist mit dir und den Rückenpanzern? Ich krieg die nicht. Ja, ja, nee. Ich hab dafür unsterbliche Drachenschuppen und Krallen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich genug für alles hab. Ich brauch noch zwei, sechs Rückenpanzer. Schuppen, elf Schuppen sind ohne Ende. Ich hab 18. Fünf Schwänze hab ich, weißt du? Ich hab echt alles. Mir fehlen nur die Schwänze. Ich hab aber auch momentan keine... Hallo, Walker. Ich könnte mir auch die in der Gigante Waffe könnte ich mir auch bauen. Aber... Oh, mir fällt... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab's nen Ergigante-Baum. Also bei mir kommt der oben aus dem Erz... Baum raus. Ja, ich seh's gerade. Ältesten-Siegel hoch. Ja, deswegen will ich die. Und weil die hat... 620 Base-Damage. Ich glaub, ich muss mal eben gucken, ob ich bis dahin bauen kann, Leute. Momentan bauen kann. Erz-Axt, ne? Warte, welche ist denn das? Ist das die... Oh, wie heißt... Oh, dass die dann immer anders heißt. Proto-Eisen-Axt, okay. Nicht Hammer! Oh Gott. Äh, nein, nicht ausrüsten. Hallo Darkfire. Hi. Äh, wo ist sie? Da ist sie. Das wird immer eine Animation gekriegt, wenn man eine Waffe updatet. Ich rüste die jetzt aus, ist egal. Können wir gleich wieder ändern. Dann fragt er mich das nicht wenigstens immer. Und da hat er sie. Fuck, ich brauche einen Edelstein. Rosa Rathian. Musst du in dein Lexikon gucken. Das ist, glaube ich, wie normale Rathian, oder? Ja, und ansonsten, das Spiel bietet dir alles, um es selbst rauszufinden. Drache. Und Betäubung. Und zwei Sterne Donner. 120, warte mal. 120, okay. Das ändert nichts. Okay. Äh, dann kann ich die aber noch slotten. Ich kann die slotten auf. Hab ich ein Drachenjuwel? Nee, hab ich nicht. Was ist denn ein Drachenjuwel? Ja, für, 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 für Angriff ab Drache. Achso, für Drachenanker? Ja. Kannst du schmelzen. Ja, wollte ich jetzt aber nicht. Könntest du aber, könntest du. Sieben Set speichern. Moment. Axt. älter. So. Jetzt habe ich eine Axt mit 120 Drachen, ältesten Siegel hoch und 676 Base Damage. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Äh, nee, Moment. Joshi ist schon wieder gepostet oder hat er die nicht mehr? Ja. Wir sind alle, wir warten alle nur auf dich. Ach, jetzt müsst ihr mal auf mich warten. Mhm. Hast du die Nörg-Rüstung jetzt, äh, Waffe jetzt noch nicht gebaut? Obwohl, ich kann ja auch noch eine Stufe höher machen. Ich baue mir jetzt alles auf ein... Siehst du schon, was du dafür brauchst? Ja, bis auf einen Teil. Also, ich sehe die Nörg-Sachen. Ja, ich sehe... Wahlstaff wahrscheinlich. No, 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 no. Ich habe noch eine Waffe soweit, da brauche ich auch Wahlstaffel. No, no, no. Nee, ich will mir dann gleich alles auf einmal bauen. Ja, ich will die Rüstung aber auch noch haben, ne? Von dem. Deswegen, ich brauche... Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich nicht noch mehr brauche als Rückenpanzer, weil ich die Waffe gebaut habe. Also, ich hatte eigentlich alles in meiner Wunsch... In meiner Wunsch... Ja, aber das sagt ihr dann immer nur, ja, du kannst alles bauen und dann ploppt das auf und dann kannst du eins bauen und dann kannst du die anderen nicht mehr bauen. Ja, aber wenn du doch auf den... Dann, das hast du mir doch vorhin erst gezeigt, dass man sich da alles so auflisten lassen kann. Ja, da siehst du das, ja. Ja, da habe ich gerade geguckt und da hat mir nur noch Schwänze gefehlt. Schwänze. Du weißt schon, äh, Schwänze. Ich nehme die ganze Zeit auf, das scheint mitzulaufen, das ist gut, das ist gut. Hä? Ich nehme die ganze Zeit mit auf, das scheint gut durchzulaufen. Was scheint gut durchzulaufen? Die Aufnahmen mit dem Stream. Ach so. Oh. Gut, gut. Dann sieht man wieder, wie ich versage, das mag ich nicht. Du versagst doch nicht. Für immer. Bist du noch nicht gekartet. Stimmt. Jetzt habe ich vorhin blaue Schärfe. Nice. Oh, ja, schrei halt, ey. Du hattest ja die ganze Zeit gar keine blaue Schärfe. Ich habe halt zu wenig blaue Schärfe. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie viel die hat. Hallo Morphy. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Er schläft. Oh Gott. Oh mein Gott, nein. Nope, nope, nope. Gott ist das großzügig. Ich habe noch voll draufgeschlagen, weil ich im Sprung war. Ich dachte schon, das wäre verkackt. Ich dachte, ich dachte auch. Ich dachte, das wäre. Ich will von hier unten runtersliden und die dann auf den Kopf schwingen. Ich dachte, ich hätte es versaut. Oh mein Gott. Eins hat 400 gemacht. Oh. Das war diesmal eindeutig mehr Schaden als das erstes Mal. Jetzt leuchtet mein Schwert rot. Yoshi klaut immer meine Mounds. How? How does she do it? Wenn jemand rausspringt. Aber ich springe den die ganze Zeit an und dann... Ups. Ist das dein Ernst, Nerghi? Dein Ernst, Mann? Ui, hallo. Oh. Das ist mir gefallen. Lass mich drehen. Dreh dich um, Mann. Ja. Ja, da ist sie. Oh. Ich muss mal auf den Boden. Oh. Oh. Das war so knapp. Was macht der da? Irgendwie will der mich haben, aber irgendwie roll ich den weg. Ach, scheiße. Oh. Wo ist er hin? Ist er weggehüpft. Warte. Oh. Turbby. Oh. Oh. Ist schon wieder Witzen. Oh. Als ob er mich erwischt hat. Hat er? Oh, oh. Ja. Oh. Was findest du von mir? Mama mia. Wieso macht der den Sprung nicht? Was macht der denn, der Dude? Weiß nicht, gerade läuft der mit zu viel rum, deswegen bleib ich hier stehen. Magst du die Waffen mit denen ich spiele? Auch wenn ich sie nicht beherrsche. Alles gut. Oh. Oh. Oh, ich will Ohrstöpsel haben. Kann die nicht, ich kann die nicht stun. Ich vergesse auch immer Flash-Bomben-Ding-Sies mitzunehmen. Oh, Gustavsi. Aber hier ist noch okay zu kämpfen. Oh. Schon wieder. Ist, ist, äh, ist, äh, okay. Here she has me. Ach, dass er sich auch sofort umdreht, ey. Autsch. Wo bin ich? Autsch. Autsch. Was ist in die Luft? Da werde ich nicht so durch die Gegend geboxt. Ey. Immer noch blaue Schärfe, ey. Waffe ist gut. Run's up. Hm, hab ich hier einmal draufgeschlagen. Ah doch, einmal kurz. Nein. Er hört ab, er hört ab. Okay, nice. Ich hole grad nicht. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Tschüss, Turbie. Wie war das von wegen, Turbie, kartet nicht? Er kartet nicht. Er kartet nicht. Er kartet.. Er ist kein Nicht-Karter. You heard it here first. Ich hab nicht getrippt. Ich auch nicht. Ich war gar nicht da. Ich war vor ihm. Ich in der Nähe. Er ist über mich weggeschwebt. Ah? Oh. Angeblich hast du ihn gekillt. Ich? Hä, ich war gar nicht da Also ich stand vor ihm Und du stand neben mir, glaube ich Also ne, neben mir stand Yoshi und vor mir stand du, glaube ich Ich stand doch ganz woanders Hä? What? Ich führ mich gerade um den Rücken, Panzer Es tut mir leid, ich bleib jetzt hier auf diesem Rücken Ich hab doch auch gar nichts gemacht Ich hab ihn nur angestarrt Hä? Ich war selber gestunt von seinem Schrei Also ich hab auch nichts gemacht Nee, ich war Ich hab zugeguckt, wie er nach oben geflogen ist Und dann hab ich mich nicht mehr Hab ich nichts gemacht Hä? Wir waren das nicht, ihr glaubt, dass wir dann Hä? Jetzt bin ich besorgt Wo ist der Schwanz da? Ich hab einen fucking Gem aus dem Schwanz bekommen Brauch aber einen Schwanz Du hast ein Gem bekommen Lass sie dich Also hier stand Ich stand hier Yoshi stand neben mir Und ich glaube, Lou stand hier, Turby Und er ist nach da hinten gesprungen Und du bist da hinten gestorben Wie soll sich Lou da hinten aufhalten? Er ist da hinten hingesprungen Ich hab's auf Video Ich könnte mir das sogar nochmal angucken Ich stand überhaupt nicht in seiner Nähe Ja, dann stand du dahin Ich war mein weit weg Und Yoshi und ich waren gestunt vom Schrei Wir haben auch nichts gemacht Ein weiser Jäger Schließe 50 Untersuchungen ab time is von Säle Jäger